was kommt zu einem neuen stream heute zock ich mal wieder das so silver randomizer mit 1000 prozentiger levelerhöhung damit ich sterbe oft wir sind letztes stream hierher gekommen in fette stadt nummer 28 hier haben wir die die alte besiegt hat einfach angefangen zu holen weil es keine ahnung skill issues hat bloß mein halbes team weggeweckt dank 5000 trinken habe ich es überlebt aber egal auf jeden fall wollte ich heute aus meiner hier die krasse stadt erkunden und ich brauche die gute ware und zwar die limonade und generell kacke alter bin ich reich ich kann jetzt schon top tränke kaufen und belebe kauf ich erst mal sehen gut weiterheit ist bräunig außerhalb das beste hat mit dem game so was für die game x1 muss ich auf jeden fall später mal einpacken weil ich will alle betrügen ich will 50 minuten aufsetzt nur dafür dass der pokémon weggekredigt wird das wird so eine geile nein 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 keine drogen keine drogen gut das wird so hart passieren wenn ich probiere irgendwie aufzusetzen mit x1 oder einfach das wird in die fresse tot was versteht der aber donnerschlag ist das bei keine donnerschlag kaufen hier ist aber kein kein name zu den anderen tm full 10 eine gnadenlose eis und schnee attacke okay ist das jetzt gut muss man nicht verstehen muss man nicht verstehen das ist so jaja haben wir objekt 723 wollen sie es kaufen so aber ja was was ist es was kann es so es ist objekt 723 oh mein gott glücksspiel oh mein gott auf jeden fall ein los der dritte preis warst du warst du war eine wäre eine wäre alter eine wäre 300 egal erst mal immer kaufen weil da kann man die nicht so tausend mal im stück kaufen das wird etwas dauern ich finde es auch schön dass man glaube ich jedes api was ich jemals gemacht habe zum pokémon game einfach an der stelle hat wo man mich einfach an so einem automaten sieht ich einfach tausend limonade kaufe aber es funktioniert immer so gut das ist das wahre leben das müsste auch wieder so ekehaft sein wieso so an so einem automaten limonade holen musst du so jedes mal einzeln machen alter oh gott es dauert so lange das ist schon speed wieso wieso kann ich nicht mehr kaufen wieso hast du mich die die werte war das ist der einzige vorteil wenn man tränke kaufen geht oder so kann ich aus wie man kaufen möchte ich liebe es der langweiligste moment im ganzen game überhaupt für die nächsten tausend jahre aber ich habe echt viel geld bin ich ehrlich ich hätte nicht gedacht dass ich einfach so viel habe das fühlt sich da ok es liegt auch daran dass ich moody nichts abgebe keine ahnung wieso du bist einfach ins ausland geflogen hätte ich nie wieder gesehen diese mechanik auch ich weiß noch ich war mein ersten play von den gamen habe ich das angemacht dass sie das geld sammelt und dann bin ich da halt mal wieder hingekommen hat mir irgendwie 120k gegeben habe ich mir gedacht so du alte ho alter im menschen so so real life du gibst du deiner mutter so 50 pro seite einkommen das wäre so krass machst du einfach so zehn jahre lang weltschlechteste bank ok wahrscheinlich sogar nicht gut mal gucken wie viel ist das jetzt wir haben 45 limonade und fp leber und 12 tage wasser let's go die gute ware ich glaube sonst ist hier gar nichts mehr die labern muss scheiße oh mein gott hörst du auch radio nein es ist scheiß was ist radio ich hasse mein internet auch das ist so das schönste der welt digga fahrstuhl einfach absolut schnell magic real life fahrstuhl so schnell 12.000 kmh krass aber im boden rein so was machen wir noch das hier wir haben ja noch spielhalle das wurde ja noch damals noch nicht verboten ich bin ehrlich das ist die schlechteste spielhalle die ich je gesehen habe oh ohne münzkorb wirst du wohl nicht spielen können was was her von sok die legende hey du du willst dich doch sicher am münzspiel versuchen komm bitte hier ich gebe dir einen münzkorb meine armen ist hervorzug guckst du dich auch nicht in den finger wenn du beim münzspiel zusiehst nein ich bin noch nicht so weit im leben ich habe keine spielsucht ja mit zusammen reise eintauschen das sieht aus wie der größte scam im leben das dieses ganze der ganze laden alter so münzspiel was kann ich hier zeig mal was du so münzspiel so drauf hast Wolltefalle 1 Wolltefalle 1 drehe die tafel um und sammle Münzen Münzen die alle sicher sind in der aktuellen Partie ja spielte Münzen interessant Spielregeln wie man spielt dreh die tafel in dieser Reihenfolge um und du erhältst 18 Münzen wenn du nun eine willst fährst du das Spiel mit 18 Münzen gehst du deckst du einen Wollteball auf gehst du vollkommen leer aus ein völlig pures Glücksspiel let's go vormachst unter jeder Tafel verbeugst du nicht entweder eine zu verschüssen 1 und 3 oder ein Wollteball die Zeit die sich unter deiner ersten Tafel versteckt wird zunächst einfach zu deinem Münzkoppel zugesählt der zweiten Tafel wird der Wert der bis dahin von dir erbeuteten Münzen mit dem aufgedeckten mit den der aufgedeckten Zahl multipliziert wenn du wenn du Glück hast und du weißt genau wo Wollteball ist durch legale Mittel legal egal dann könntest du ja richtig abcashen weil es wird halt immer whisky dreifacht ja Ende fällt jetzt wird das Spiel aussteigen okay kurz die Höhe der Schwierigkeit deiner Partie ist das wenn du Münzen kannst du ja beuten das ist wirklich ein Zeug okay zurück yes so aber sagt er mir in welcher Reihe Wollteball ist damit also er sagt mir dass hier einer ist oder wie sollte ja hier gar keiner sein yo drei Junge let's go also hier ist irgendwo einer alter hier ist keiner in dieser Reihe wenn das so aussieht oder zwölf let's go glücksspiel glücksspiel ich fühle mich jetzt wie ein richtiger twitter i mean so warte kurz also wissen dass das hier einer ist dass da einer ist also diese die sind risky wir wissen dass hier auch zwei sind ich bin echt zu faul gerade zu denken Ende jetzt gibt mir zwölf münzen okay interessant alter kaum noch eine runde also weiß hier ist wow das ist eine schöne reihe bin ich ehrlich ich mache jetzt einfach so oh nein ich habe die eine münze verloren nein schnell raus hier mal gucken was man bekommen kann gegen gegen pokémon gegen pokémon was die armen dinge alter im dratini is based aber what the fuck gegen preise deiner wahr eintauschen tm was hat man hier delegat das ist ein guter attack aber 10k alter wie lange sich denn da spielen dreieinhalb stunden hast du die items zu tragen seien schale großlinse sunlinse beton die sind ja eigentlich echt scheiße das richtige abzugladen eigentlich aber du kannst ja eigentlich nicht verlieren neun geht es wenn du rechts gehst ist pokémon interessant ja das will ich auch machen da kann ich auch irgendwas gewinnen mein gott du sammelst auch pokémon mein sohn auch sein name ist bill und ist ein dick city da gehe ich hin mein ziel aber erstmal im untergrund meine heimat ach nee alter oh mein gott klarin oh sieh mal an elli du kannst ich bestellt hier in der dougatia passage gibt es einen ost hermierungsladen digga bitte hör auf du kannst deine pokémon mit accessoires ausstatten und deine erinnerungsfotos aufpeppen und das hier das ist ein modekoffer du bist sicher schon ganz wild drauf was wieso hat dieser typ modekoffer okay das ist auch ja 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 ist gut krieg dich wieder ein hier schenke ich dir alter was das vorurteilung dieser keck alter bewahre einfach alle accessoires die du hältst im modekoffer auf so muss leider tschüss fick dich was ein netter typ wenn es doch wieder so bekommst du so einen ekelhaften modekoffer in die fresse geworfen ach so hier gibt es ja trainer ich habe die kompert vergessen ich wurde aus der spielhalle hinausgeworfen ich habe beim neuen mitsspiel so oft gewonnen ist alle dachten ich mogel 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 interessant get wrecked imagine gewinnen kann der typ auf jeden fall nicht so die dinger werden erst mal zerstört oh mein gott feuer oh mein gott ich hoffe jetzt down sein und rion auch nice ein schneller kampf 18 junge das wow kreides schrei ich liebe vorher manchmal es ist so geil noch ein pokémon kopfnuss beste attacke und erstaunlich viel damage bin ich ehrlich deswegen ist auch down ok der typ ist auch maximal level 14 oder so ich bin ja schon nach der arena das könnte man ja schon vor der arena machen gesicht braucht raffa ähnlich 1300 einbeleber ach so ja hier geht es bis hier und nicht weiter zum einkaufszentrum unten rein da einbruch wieso wollen die typen kämpfen alter ich will doch bloß beim pokémon irgendwelche eckhaften sticker ins arschloch schieben das hat sich so falsch angehört oh mein gott er lädt sich auf verstärkt seinen fokus kopfnuss wow was wieso hat der fokus stoß wie will er um bringen rpg anscheinend wird erst auf wasser besprüht junge wow macht das viel power punch hat der fokus verloren kann ich eingreifen ja weil ich dich fette typen nicht aufladen lasse wieso hat power punch der ist level 16 was ist er für eine wieso der delegator du machst dem schuss dem schuss macht der meister mit oh mein gott nein als ob als ob er delegator power punch spielt und wieso funktioniert das wieso funktioniert das das ist massiv von ihm alter wirklich geh einfach wow machst du wenig damage rpg heiliger wieso kommt dir so ein random kack typ an und versucht mich mit azume will mit delegator und power punch sort plane im welchen universum hallo verkaufe preis medizin let's go hier haben wir das vitalkraut das sind die mittel und kraft wurzel das sind die mittel das sind die mittel eigentlich brauche ich keine aber ich kaufe fünf weil geld sagt und kauft vier und vitalkraut zuletzt letztes mittel die schönen rokus ananogus was macht für die reuter beim laden südlich gekauft habe alter hier hier mache ich meinen stand auf so so bilder von marcel da was verkaufe ich so oh mein gott ne kamera das kann ich nicht man muss nicht einen von denen da hinten absprechen dafür hier komme mein fotos schule du kannst hier änderungsfotos machen fotografier meine kunden in uniform von tibok na komm ins geschäft yo das go steht einfach vor die kamera sobald du dich umgezogen hast yo drip gut hier kommt das vögelchen das gibt mir allen die welt gehört mir allein da ja sehr schön dass deine nihilistische ader raushängen was ein typ das das team alter du kannst dein foto jetzt an ihrem computer ansehen let's go oh den pokémon sind aber ernst allerliebst ganze zügend er wäre mit einem kostüm formier ich werde noch viel viel bezauber und als mit dein geschenk kommst du eine foto das ich dir erst nicht gar nur für 455 was das na ok ja ja erklär mir wie ich meine dinge kostümier alter du ist in der mittel koffer nicht wach ach dicke halt dein maul oder so fetter franzose an der will mit sein baguette in arsch stecken du suchst die accession ist und siehst deine pokémon an dann würde ich für dich ein foto machen wenn du deine statistik mit anderen trainern teilst bekommst du ein foto von ihnen ich denke du sollst es einfach mal ausprobieren ja bitte halt dein maul hier linus linus ist sexy äh äh ich hoffe du es nicht customieren soll okay jetzt ziehe ich drüber okay freit hast vorher oh wow mit rechts findest du eine schaffreich mit der du den hintergrund ändern kannst wow technologie alles klar los geht's also ich hab ja nicht so viel ach ja doch mein gottes gold schnappt wir geben ihnen hier schnusser denn hier an den äh magnetis jeweils ein und da oben mit da oben so jetzt hab ich hier den fehler die die packe ich weiter oben drauf ne ich pack sie hier hin wow alter da hab ich noch so so kackdinger alter ich pack sie so da hin da hier hier das kommt nach da und dann seine Augen werden auch ersetzt äh was ist mit ihm passiert passiert alle hier wow schüß alter schüß was ist mit ihm passiert wait wait das könntest du anpacken wer ist er wer ist er alter der arme es tut mir so leid okay ja bitte mach ein Foto davon davon hier ist das ein speicher ich oh wie das ist so schön ich fange gleich an die Foto zu schmücken aber du möchtest ihnen einen Titel geben äh so wir geben ihnen ABC Modus Junge wait kann ich das mal ja äh äh ah nee das ist klaus ja 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 das ich möchte das sagen ich sehe schon dein sinn für schön ist echt erkennbar wenn er das schön findet ich brauche urlaub ich werde deine foto in meine privaten potüren gehen perfekt ich habe angst ich kann hier die an wait kann ich jetzt einfach wenn ich noch mal ein foto bei dem mache alle ist jetzt hier ist er normal oder hatte das mit computer gespeichert hier im pokémon center mal sehen oder wait oh nein hier ist das ellie aaaah wieso man wieso der arme wer bist du erreicht was ich bekomme in der accessoire der ein spiel volle überraschung ein los macht 100 euro let's go easy habe ich auf konto na gut dann los gewonnen schwarzbrille erhalten wow das war da ist so ein komischer typ in so einer gasse im untergrund in so einer gasse in so einem random laden wo irgendwelche random bilder von fremden personen ausgestellt werden und verkauft die fucking lose die geil könnte auch einfach sagen nicht gewonnen für jede person immer wird niemand aufhören ich glaube auch niemand wird sich beschweren an diesem zeitpunkt geil jetzt wir kämpfen junge musst du dann privat level 9 und level 14 digga mach so weil die kämpfe sind langweilig oh ja oh mein gott das ist tot hopflos oh mein gott das ist tot wer hätte es gedacht nebulak das das geräusch das das apg lkp hat das ist meine ohren das erste mal dass ich das wirklich nervig finde in einem pokemon game weiter apg wenn du das editest mach bitte aus den geräuschen kick oh mein gott das das wird enden die best aus werden so gut alter heiliger 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 attacke abg bessere es gibt gar nicht ich hätte erst pam ton weg machen sondern hätte die kirion gehen können egal der zerfetzt sowieso alles ich mache aqua klar auf ein was pokémon ganz normale sachen normaler montag ist es nicht freitag ist es freitag samstag samstag ist die band schon noch gucken normale sachen ich bin ich bin in zwei tagen die zweite woche arbeitslos let's go let's go gutes leben gutes leben so ich bin da endlich raus gut jetzt speed ich werde mit allen reden untergrund lagerhaus ich weiß da habe ich schon gemerkt man kann sich die verkleiden wie kacke ja was das ist also der radioturm okay ja schubs nicht junge so was haben wir hier überhaupt nochmal hier ist auch einfach gar keiner vielleicht versteckt globales terminal global bis zum geht nicht mehr alter das sieht so global aus wie nintendo server einfach struktur jo was haben wir hier über den grünen teleporter reißt du die station für boxdaten und modell daten in erst stock was hier alle nintendo server wann kam das spiel raus 2011 2012 oder so nintendo die server nicht mehr geupdate seitdem das sind genau die gleichen so vor der public so accessible kann einfach so einer reinkommen sich hinstellen und drauf wieseln alter aber alter die karte ist sogar also der globus ist sogar echt gut gelungen muss ich sagen ich bin impressed aber sie haben hawaii vergessen und island abin och gott dieser typ ruft an ja hallo ich bin dein bf ich bin im nationalpark da gibt so viele pokemon komm mal her verschwinde nicht deine zeit da du hast keine verbindung gut so viel dazu hier gibt es ja noch den da ist der typ muss man später mal gucken aber ich wollte auf jeden fall noch hier rein also ich habe diesen bomb auf route 36 gehört angeblich beginnt er zu tanzen wasser über ihn schüttet oh das ist der ordner aus der du kannst er besiegt da brauche ich mir keine sorgen um dich zu machen hier ich leile nein ich schenke dir diese schick kanne 12 cent made in china dankeschön dafür ich habe gar kein wasser pokémon dabei was das ding einfach nass machen hätten können ich brauche dafür eine gießkanne weil die gießkanne manchmal kann auch ein gesundes pokémon nicht mehr angreifen in diesem fall solltest du sein pokémon zentral hilfe oder eines items heilen dankeschön ich habe das spiel schon mal gespielt öfter als du denkst und das ist die dritte arena ich glaube ich habe das sogar als kind schon verstanden dass ich wenn mein pokémon 1 kp verloren hat sofort 25 mal pokémon zentral laufe und heile average sachen macht jeder steht mal hier so 12 stunden heilen so let's go die city ist durch also ab nach teak city zeitplan ist eng so wir nehmen noch dieses habitat mit entschuldigung bitte ich habe neulich post von meinem freund bekommen ich habe ihnen auch schon eine antwort geschrieben aber ich komme leider nicht mehr hier raus er wurde eingesperrt einbetoniert sieht man nicht aber so glasscheibe und so die passanten die hier durchlaufen müssen immer essen rüberwerfen über die scheibe würdest du meinen brief vielleicht für mich zustellen er hat hat ich gefallen ja kein ding ich bin post bruder auch das macht 233 euro und 29 cent post ist brief ist nicht versichert wenn der verbrennt eilung kehr ach ja ich habe gehört dass du merkwür der baum den wikerspen soll kommt da inzwischen wieder durch ja ich habe technologie plastik wasser wasser kanne gießkanne das sieht mir vielleicht nicht an aber ich bin trotzdem das eine echte expert was technisches Zeugen geht soll ich erklären wie ein radio funktioniert deine mutter ist eine experten darin wie man kinder macht nicht ich wollte ich wollte gerade aus gehen egal soll ich dir erklären wie das radio geht spät aber doch sporn ich nochmal alter nice niki nice willkommen der ist level 20 der zur wasser pokémon niki kommt und zerstört sie ja fest kam auf ihn geil effektiv der score sofort predikte den switch alter egal bing alles schlecht pokémon oh mein gott steine fallen vom himmel ich weiß zwar nicht wie aber es funktioniert leider trifft semobs nicht er wird texted von niki i mean semobs ist cool ich weiß noch damals ich das spiel gespielt habe habe ich mir semobs gefangen drei stück hat sie auf der box cool pokémon hat sich so gelohnt so semobs down sad aber ich muss hier durch ich muss den brief zustellen der der nicht versichert ist gut ist der trainer down ich muss ja noch da lang ich bräuchte meine angel wann bekomme ich die ach ja ding city das ist aber auch ekehaft diese stelle hier man denkt so ja schlau aber nee nicht schlau normalerweise wird es ja ein single battle aber ich bin hier mit double battles level 13 ich verstehe manchmal die level nicht es ist so ja gehst du auf die route zu pokémon level 820 gehst du weiter level level 3 was blink blimp hat schwebe wieso woher und das ist ein lebensschuss wenn die animation spielt das fliegt nach keine ahnung Alabama und der typ schützt sich selbst oh mein gott wo er überhaupt hit man egal irgendwie ist er gestorben ich glaube der hat einfach so ein Stück lehm verschluckt ist einfach verreckt alles kann ich mir das nicht vorstellen bin ich ehrlich der will jetzt echt einfach schutzschild durch spam egal das ding ist down wo 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 zieht der hin alter zieht der aus den trainer mit die zahl der gott yeah gott wurde gegöttigt was diese aussage oh mein gott auf die ohren schutz jörg jörg bei ewald da ist das auch so ein richtiger gangster jr imagine ewald heißen digga der fühlt sich wohl auch in sein leben verarscht wieso ist das habita level 30 wieso ist das level 30 i mean das ist das poker mit den meisten angriff von meinem team muss ich irgendwas dazu sagen kann ich jetzt nicht mit in die liga nehmen ich nehme das ding einfach mit mache das ganze spiel durch kill damit level 100 rot auf den berg alter what the fuck was ist mit dem ding passiert hat mehr muskeln als ich wiegt mehr als ich der typ ist fett alter wiegt gar nina wablu und sepa oh wait die kämpfe sind getrennt oh wusste ich gar nicht kopfnuss spam let's go mach das wenig alter mach das wenig aber zurückgestreckt man ich liebe kopfnuss spam das ist einfach so funny weil die können nie angreifen bitte reich yes kopfnuss jungen aufruhe wow macht das viel damage dann fragt man sich einfach wieso hat der überhaupt sonntag aufgesessen wieso apg hat echt schlechten angriff alter aber ist wirklich so der kann einfach nicht mehr angreifen man müsste mal ausrechnen was die chance ist darauf dass er zurückschreckt müsste doch irgendwie bei es sollte schon bei 25% sein pro tag oder ach egal sieh mal an wie virtuos ich mit den bällen jonglierer mit deinen balls alter erich mit lavita und pann die junge lavita based aber es ist level 3 level 3 level 3 spannender kampf bin nicht ehrlich wow level 13 alter packt doch nicht so aus und es ist wieder level 3 oh shit egal apg überlebt das akku das hat mal level was nicht scheiße ist aber es erste wicklung oh mein gott apg hat ne attacke außer glut aufwogel kann weg ich müsste mal nach was apg überhaupt für stats hat ach felsgraf cool well fuck er sinkt egal wo ist das wieder jungen wo jungen das war einschlag das war nicht einschlag das hat 50 kopfnüsse in deine mutter rein hast du was das du hast die beziehen konnte würdest du mir deine nummer geben nein ich hab ein bf alter ich sag das jetzt einfach so es ist canon ich äh was würde ich sagen lost ich würde mal gucken wow ich hab ein popo stück wow tms äh catwin ist eigentlich cool aber ich kann mit grad nichts anfangen münzkorb alter wow da ist die schicke kanne bewegen ich pack sie nach dahin wow cool ist soviel dazu musst du nicht kämpfen doch der typ packt aus alter ich mean ja es ist easy aber ach ja ja okay ich mit leiden einfach drauf einfach hoffen dass er zurück schreckt holy fuck alter okay leiden es ist spezial maschine aber alter das ist immer impressive ah an aquana wieso ist da unten pink ist das der bauch hab das noch nie gesehen das sieht so komisch aus von dieser ansicht in dieser ansicht egal wird geknarkst wieso hat das nicht spukball alter wo kommt das ding her alter kommt aus dem reddit mod keller was lebensschelle mal wieder ich frage mich immer noch wieso fast jedes pokémon in diesem game lebensschelle hat also als gegner das ist so weird lebensschelle einfach standard move alter leider ist level 20 nice level 22 nice wow er wächst alter massiv alter so eine legende man muss so so ein video machen einfach erwächst und so oh mein gott so richtig rum schreien alter es wäre so gut und so das gleichzeitig bist du nur mal tauschen du bist älter als meine mutter deine pokémon sind ziemlich stark aus mit denen bist du überall sicher yes yes ich habe fette fliegende ufo was 1000 jahren tonnen wiegt ah cool chirachi wird weggelasert boom junge mal gucken wie viel wow es schläft mal gucken wie viel erfahrungsproblem dieses ding gibt ah cool grit da heil dich 500 ist nicht so geil aber geht selbst ein gras ist noch bei einem käfer sammler alter guckt euch mal diese käfer an ein komischer wurm und eine piranha ich weiß nicht wo du käfer sammler warst aber ich will es gar nicht wissen ich finde schön dass ich mit dabei einfach nur Kopfnuss spam oh ja egal 187 let's go 187 xp nice legendentyp lass uns telefonnummer tauschen nein geh weg oh du hast ein item aber dafür müsste ich ja dings holen oh mein gott der nächste starter let's go ich hab ja bloß schon drei das ist so weird yeah bräunig ich warte noch auf coole pokémon ne ich kann doch hier paraheider wow ich bereue es jetzt schon dass ich jede telefonnummer angenommen habe nikki du wirst du wirst endgame du bist ein kanto du willst blau machen den achten arena leiter du gehst da rein du gehst zu ihnen und jede route ruft die vier Leute an die wollen dich du bist einfach einfach fame das ist so jeder auf dem planeten hat einfach seine telefonnummer und jeder auf dem planeten ist einfach so der ruft dich einfach random an so jede zehn minuten so was haben die nichts anderes in ihrem Leben zu tun das ist der beat alter wow wow der pokémon talk o o i p m t dir was haben wir hier pokémon musik wow trainer profil ich habe doch irgendwo noch irgendwas komisches oder war das erst später verfügbar egal 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 so jetzt nach hier unten hier unten ist noch ein item jirachi mal wieder flieh ich einfach lohnt sich nicht ich bin so ein profi so ein profi alter das ist so wenn man mit speed spielt oh und sag an sag an abes wow alter so ein krasses pokémon es hat sogar überlebt ich bin sogar literally impressed jirachi ehrending jirachi ist cool es ist aber für mich nicht useful bitte kaife kaife ist ja auch cool eigentlich hier sind schon ein paar ganz gute pokémon aber nicht was für mein team tm66 gegenstoß ist sogar gar nicht so schlecht bin ich ehrlich krieg plus die reihe ist beste endet ja mal mutel mal mutel ist cool oder war doch so oder ja vermute hatte ich ja auch mal trainiert in diesem game nev6 ist ein typ legende ara auf so ein unwichtiges pokémon oder kommt sogar durch oh funkensprung cool neuer attacke 65 besser als donnerschock äh nein das ist aber so ein spezialangreifer ich glaube ich mache ultraschall mal raus weil 20 kp ist jetzt echt zu wenig das wäre 4 teilweise 5 attacken mittlerweile schon also bei besseren kämpfen in nikoro ja vorgesprung gleich mal probieren und jetzt gucke ich mal nach was leines für setz hat ne bericht war das ja altes pokémon 42 attack 70 spezialangreifer ja es ist also donnerschock ist noch besser killt aber oh dann dann crit nice cool alter hier unten ist die city junge wow keine ahnung wer diese zone gebaut hat aber es ist es so weird wie sollte man da einen zaun bauen wer im real life denkt sich so ja lass mal hier einen zaun bauen so was wofür ja lass mal hier irgendwo einen zaun bauen damit man zu diesem einen scheiß baun nicht hinkommt dicker was pro ursachen ah hier bin ich jetzt beim käfer turnier treffen liebhaber vom käfer pokémon aus dem ganzen land aufeinander ob ich selber sein bin nein ich habe angst vor ihnen kann ich da mitmachen heute ist das heust heute für das käfer turnier shut oh nice die regeln sind einfach fang kiff pokémon mit einem deiner eigenen pokémon das kiff pokémon wird dann von der jury bewertet möchtest du versuchen ja sogar ich möchte es sogar wirklich versuchen aber ich mache extra nochmal einen speicher punkt auf meinen legiten ds oh das war jetzt ein pokémon dabei dem fall nimmt ein team line ist am turnier teil bist damit verstanden ja man weiß ja nicht was für pokémon kommen 20 turnier bälle wenn das stärkste kiffa pokémon fängt gewinnt du hast 20 minuten zeit wenn du keine turnier bälle hast get wrecked dann fangen wir das schlecht pokémon nice kiffa turnier let's go der nationalpark can ich mir die items jetzt geholen ah fuck egal was haben wir pokémon oh mein gott mein lieblings kiffa pokémon mein lieblings kiffa pokémon oh mein ding ist nicht geheilt oh shit ich hab nichts gegen ball bleib drin du bist mein lieblings käfer ich hasse dich ich möchte dich nicht haben nein ich wollte dich käfer werfen fliehen so was haben wir hier weiteres rihonior niduran mein lieblings käfer pokémon rihonior mein mehr lieblings pokémon kiffa pokémon tyrakok krok ich hab das start da schon ist für dich nur start ich wollte nach oben gehen ich guck ob ich die items holen kann da komme ich nicht ran neu cool sanft glocke muss ich die spieler nicht holen wenn ich schon mal hier bin kurz mal durchlaufen schaufler nice ok hier ist weiter nichts gut gucken wir was bei den anderen teilen von den dingen ist das turnier ist ganz coole idee aber im base game ist halt pokémon das beste was du finden kannst ist ein sichtlo glaub ich oder jane war sichtlo oder so ein anderes ding ich hasse mein internet ja es ist pain ich möchte nicht mehr es ist pain lieb ist pain ich würde sogar wirklich versuchen dings zu fangen hier rihon ja was ich konnte nicht fliehen kann ich leveln der ist ja level 21 alter so was haben wir hier panisch ah cool die spites sind schön ich kann die nicht speichern egal egal neduran so ja der granbull alter ich hätte nachgedacht das mitzunehmen aber es gibt keinen faintypen also schwierig gut hier bist du ich habe ich gewartet ich kann nichts tun paralyse funktioniert nicht weil boden ok schmeiß bell auf dich hat nicht funktioniert sad einmal ich kann nicht heilen weil das könnte schief gehen egal karabon vielleicht das gibt's ja hier nicht kann ich ja nicht fangen bitte bleib drinnen bleib drinnen man du bist das einzig coole pokémon hier alter man raubi nein nein lass 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 leins ruhe bitte bleib drinnen ach man ein kb kommt man bin drinnen alter ich bin down 790 euro das ist fast ein belieber wir werden jetzt die gefangenen pokémon bist bereit auf dritten platz ja halt doch mal mit smed smed bo zingami findest du smed bo alter kokuna allen mit allen sich lo erhalten cool ich möchte nicht mehr das riko gegangen ok er fang ist doch nicht gut so viel dazu ja hier sehen wir den schönen nationalpark die trainer jetzt vier junden nein noch nicht ich glaube ich muss einmal durchzeigen grafix jetzt sind sie da pokémon aus dem bau rausholen kann und die dann mit ihnen spazier gehen kann bitte geben sie mir flinklaue so jetzt merke ich muss echt mal dieses lehrer gehabe loswerden dass der pokémon das scheint ist sehr hart zu haben jeden wissensbelohnung klinger dankeschön vielen dank zeit wie lag gibt es wieder pokémon und das wird mit ihrer hilfe im kampf ab und zu die initiative erhalten kamerakaoß wird wird so haben wir es gerne macht foto mit der mit der gang findet grafik egal die alten habe ich schon mit den pokémon mache ich nicht mache ich mal was anders das ist jetzt was hast du da darfst du war das tür zum abstechen oder was ach so das ist auch so turnier nachата ist doch wo bhurr e s dist oh mein gott te 24 mal guck ob ich deine gedanken lesen kann ich glaube wenn du die liest alter du liebst auf dem boden Du vergräbst dich freiwillig dann. Hat das Ding Voltabsorger? Wenn ja, dann weine ich. Wenn nein, dann weine ich auch. Es hat Voltabsorger. Ich hasse es. Egal. Wait, what? Der paralysiert einfach Leines. Das Ding ist ein Elektropokémon. Wie soll das überhaupt funktionieren, man? Ja, der heizt sich wieder, weil Fanny. Ach fuck, mein Team ist scheiße. Egal, komm. Siren. Du machst das. Der macht schon chillt, man. Okay. Der hat sogar interessante Attacken. Egal, du bist zerfetzt. Kein Lampi mehr. Ich weiß, ich hab's gesehen. Zu schnell gedrückt, einfach. Lebensschuss auf Lampi. Oh mein Gott, Übernahme. Da wird er zerkt, Alter. Wieso kann Knetz paralysieren, man, was? Als ob. Das ist Pain, man. Impressive, bin ich ehrlich. Das ist impressive. Guter Hit. Ah, ein Vollriegel. Und ein Draschel. Fettes Gerät, Alter. Wurde eingehochst. Vollriegel überlebt. Wow. Oh nein, Verteidigung sinkt. Die sinkt. Er hat Auge gemacht, Alter. Und Hautschicht nimmt ab. Was? Dieser Zusammenhang. So, das Ding ist down. Sein Kopfstoß auf... Raphael ist tot. Ripp Raphael. Und Serien ist paralysiert. Mann, Alter. Ich hab hier Arbeitskraft angeregiert aus Ausland, Digger. Und der Typ kann nicht mehr angreifen trotz Paralyse. Was ist das für ein Keck? Der spammt Echtbus Designer-Attacke. Okay, mehr hat er auch nicht. What the fuck macht das viel damage? Dieser wird 30. Und der schreckt zurück, Alter. Deine Mutter schreckt zurück. Kommen wir das auf Niki? Ja, das Ding ist kritisch. Niki ist kritischer. Nein, Fehlanzeige. Get wagt. Oder lohnt sich das? Nee. Oder doch. Oder nee. Ich muss bewusst Niki heilen. Dafür hab ich ja Wasser gekauft. Ja, Niki, trink 8,5 Liter Wasser. Dann geht's dir wieder gut. Haha. Ah, fuck. Egal, ich mach dich trotzdem. Oh, mein Gott. Milch wär mir lieber. Ja, Digga, ich hab keine Milch. Ich hab nur Limonade, Mann. Was hat der für ein Legenden-Team, Alter? Der Typ hat einfach fettere Pokémon als deine Mutter. Fettes. Wow. Komm mal herein, Gaziola. 37. Let's go. Gute Folge. Da haben wir Sirin. Da haben wir Siri. Siri ist effektiv in, äh, ja. Feuerzahn geht daneben, beste Leben. Wieso hab kein Feuerzahn, Digga, der will mich töten, ne? Oh, Gott, das Geräusch, Junge. Wie ich das auf dem, auf dem rechten Ohr so, so, Feuerzahn, Junge. Ja, Feuerzahn, Ripp, Niki. Niki ist nicht verbrannt, das ist das einzig Wichtige. Und Karnbull ist down. Und down vorher war Spinner besiegt, Schuhe Kid. Holger, oder wie hieß der? Ich laufe mit meiner Nase tief im Buch herum, weil ich, weil ich nach unten schaue, sehe ich dabei ab und zu Eintes auf dem Boden. Hier war es das noch dazu. Das nächste Eintem, was ich finde, gehört dir. Gibst du mir deine Informa? das kann Vorteil sein. Vorteil sein, aber nein. Ich habe halt jetzt hier ein Skidjob geschehen, alle, das ist so viel Arbeit drin, für so viel Kacke. Armin, je mehr Kacke, desto mehr Arbeit. Armin, ist es dir das Prinzip mit der Schwarz, wenn man mal so überlegt? Einfach kurze Kacke machen. Hi. Ich bin Pora von Blumenhahn, ich musste dir was erzählen, als ich ein bisschen Wasser auf diesen wandelnden Baum geschnitten habe, ist er vollstreckt zusammengezuckt. Das ist bestimmt irgendein Pokémon. Wenn du nochmal Wasser drüber kippst, zeigt er bestimmt auch seine wahre Gestalt. Los, bestände mit Wasser, Alter. Da ist ein merkwürdiger Baum. Setzt dir 5 Euro Maschina Wasserkanne Wasserkanne Gießkanne ein? Hier ist. Ali sitzt billig Gießkanne ein. So hört sich nicht Wasser an. Der merkwürdige Baum kippt sich unter dem Wasser aus der Ging Kanne ergreift nicht an. Aber Gange ist Wanni. Muggelbaum Maschinengewehr was? Ich würde sagen Maschine, aber das Maschinengewehr? Wie ist es denn Level 30? Achso, er wäre eigentlich Level 20, aber 50% höhere hier Level eingestellt, das heißt, ist Level 30. Das macht ja gar nichts. Spam. Oh, cool. What the fuck? What the fuck? Ich weiß mal Borge Bälle. Äh, Borge Bälle High Quality Made bei Adolphus Silithus aus Aquana City. Wie ist die? Ah, 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 ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Egal. Komm, bleib drinnen. Oh man, du Keck. Rückentzug. Apigee wird sterben. Jö, ich hab den fetten Baum gefangen. Endlich. Möchtest du den Baum einen Spitznamen geben? Yes, yes. Wir hatten ja schon Baummogler, aber das ist, das ist, das ist, das ist nicht Baummogler, das ist, wait, wait, wait. Das ist, das ist Moglerin. Okay, yes, yes. Hahaha, das hat Spaß, hier ist dafür, dass du mich so gut erhalten hast. Ali erhält Pflanzen Set. Mit dem Pflanzen ist das ein Genasch mit Beeren aus aller Regionen anzupflanzen. Ja, ja, richtig. Hier, ich gebe ein paar Bären dazu. Mit dem Pflanzen Zeit allein würdest du nicht weit kommen. 25 Euro Beeren erhalten. Epo Einfahrt und gelegentlich wässern. Alles klar, ich gehe nach Bukaz jetzt tschüss. Sie ist aber based. Sie gibt dir nette fettes Set, da kannst du Meth anpflanzen in deiner Tasche. Ja, kann man hier so hinzufügen, kann man draufdrücken, wow. Hier, Beere Pflanzen, Sine Beere einsetzen. Beere Pflanzen, Sine Beere einsetzen. Das ist das wahre Gameplay. Kassi Beere, die ist besser als Kackbeere. Bessern. Jo, alter, jo. Cool. So, jetzt müssen wir bloß noch den Tabby Tag bei so einem random Typen angeben. Ach, Viola City. Aber erst mal heilen, alter. Mein Team ist tot. Also, nicht für die tot. Mein Gott, Niki geht es wieder besser. Jo, Felschildkröte. Er geht einmal ausgiebig. Niki ist müde. Jemand des PC. Pokémon bewegen. Da haben wir in dem Baumogler. So, Krasio da kann weg. So. Fuck. So, jetzt geben wir noch das Ding da ab. Bei diesem Typen hier. Ich will irgendwas lesen, dass jemand auf dem Spiel geschrieben hat. Ein Brief oder so. Siren. Er nie übergibt das Pokémon, das den Brief trägt. Mal sehen. Vielen Dank für deinen Brief. Unser Abenteuer war spannend, aber mit all diesen Zubat kann ich mich immer noch nicht anfreunden. Das steht da. Ich habe vor kurzem mit Ihnen eine Expedition in die Dunkel gemacht. In dieser Hülle gibt es eine direkte Verbindung zu einem anderen Weg. In Ordnung. Ich bin der von Jan hier das für dich. T Am 44. Ich bin im falschen Layout. Oh mein Gott. So. Endlich. So, jetzt sind wir Erholung. Danke für Erholung. Ich schlaf genug. Ich habe genug Energie. Apricoco Spritz. Ich habe keinen Zerschneider dabei. Oh mein Gott. Es kommt so 5 Pokémon. 5 Pokémon. 5 Spaß für ganze Familie. Was? Da ist der Gerät. Der schneidet schweißfrei. Gut. Jetzt machen wir Speedwarn. Ich gehe auch immer so schnell im Relife. So. Gehen wir nach oben. Nach TX City. Wir haben zwei Wege. Diesen Item. Hübertrank? Oh nice. Gutes Item. Also hier haben wir zwei Wege. Gutes 37. Weiß nicht. Einmal diesen hier müssen wir die hier umknöten die hier umknöten oder diesen hier da müssen wir den da umknöten doofen. Do you brechbohrne. Weißhülsenfrucht. Eissturm. Wow. Der Kampf ist langweilig. Oh, der hat Psycho-Klöser. Wieso auch nicht? Sechsel, Sechsel, Sechsel. Niki rastet aus. Niki rastet richtig aus. Gut, er ist down. Hier sind Bären. Ey, man kann hier gar nicht lang... Wenigstens habe ich die Bären. Aprikokorrit. Mann, da steht der richtige Name. Rot. Was haben wir hier? Ist es eine schwarze? Aprikokorrit. Das ist... Ein Aprikorkenbaum. Aprikokoblue. Yo, Alter. Das Geräusch ist auf Kopfhörern so ekelhaft, Junge. Katzfuri geht daneben. Oh, nice. Giftwolke. Ey, Alter, püß dich Niki an. Komm, ich hab hier noch. Pokoball. Komm. Ich brauch dich, du Typ, Alter. Geräusch, Alter. Geräusch, Alter. Bitte. ich auf alter komm du bist cool du hörst dich zwar weird an aber massives Ding das Ding hat Flammenwurf das steht da nicht so und macht Flammenwurf aus dem Döde Junge ich weiß nicht wie vielleicht furzt er auch einfach nur ganz doll ach man Digga Ripp Niki oh mein Gott die Nasdaq fängt jetzt an Niki ist tot was Niki kommt auf die Box oh hä so das ist RPG 2 was äh wie nennen wir ihn über seine Schweifspitze versprute eine stinkende Substanz bei Dauer Feuer lässt der Gruch nach was 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 war Poco war schon immer so bestörend wie nennen wir ihn wer ist er ähm ich mach jetzt richtig kreativen Namen alter das ist er der legendäre Ding Uan hier sind noch mal Pokémon wahrscheinlich mal gucken was hier ist Nanturn Nanturn ist cool Skunktag ja das 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 schöne Ding mein armes Ohr das hört sich so nett an man ok anscheinend ist hier nichts weiter flucht gescheitert ok so hi hier kommen wir ich lege los oh mein Gott ein ein Doppelkampf Wadribi und Schwalbini die beste Pokémon der Welt willkommen zu meiner Top 10 äh ranked list heute zeig ich euch wer echt die besten Pokémon für Competitive sind Platz 1 Doppelkampf Zerbini ist mit Abschluss das beste Pokémon wenn es Competitive kommt äh hohen Stats besonders seine hohe Agilität verleihen ihnen eine unfassbare weite äh Einsatz wirklich Einsatzspanne und sorgen dafür dass eure Gegner erschaudern werden was Zölle Dusch Kognos alter er tanzt wow massives Gerät Nino schießen 23 die beiden sind tot ah Niki ist ja Niki ist ja auch tot wait Stinkhorn hat ein Item ne Kivan wäre nehm ich mir hast du kleines für Item also du hast Holzkohle und du hast Wundersaat ist das sogar ein guter Eignis für die wait Moglerin hat einfach 90 Leben holy fuck was ist das für ein Angriff alter 470 das ist fett oh nein ein Doppelkampf hätte ich nicht gedacht zwei schönheiten taros und formio formio sieht so schlimm aus alter bitte rettet ihn verbrennen fetter ding wow das macht ja so viel damage alter ausschritt akku knabe das macht sogar damage so also formio das ding geht weg der macht auf ruhe der kann er nichts damit ist wenn ich normal tagen auf ein stahl pokémon machen die haben sechs pokémon die haben sechs pokémon was zur hölle oh mein gott das macht ja gar kein damage das schon ok ich mach was schneller alter lebensschwelle apg apg kriegt das hin ramaydon wieso haben die so ein fettes ding alter ok allein ist es hier useless rafael kommen sie mal rein rafael tankt das der macht schaufler ok ich switche rafael auf stinkhorn aus ich meine apg und mach pupit amas schaufler geht auf rafael und rafael hat nicht getroffen rafael hat nicht getroffen nice nice ja du machst grad vorüber frau mal das ist mir doch egal der kratzt ihn wow did damage rafael trifft nicht bist du behindert man da kommt eine mogel rein die muss das carry hinter auf pupita und du machst das aqua knarre und triffst jetzt danke schön die moglerin ist einfach zu storm jo oh ein rotum cool der fette kühlschrank alter what the fuck und halb böden so rabbi wird nass gemacht oh es hat nicht gereicht und dann macht wieder schaufler los burglerin schmeißt steine auf ihn auf den fetten kühlschrank what the fuck wie soll das für damage junge das ist der geist kann ich ja das auch machen raphael ist schneller murklerin ist tot linus komm die sind so ein pain alter ich hab so keinen puck mehr rotum ist tot schwer lehraus dankeschön dass du auch tot bist da noch ein pokémon radikal da ist er da ist die legende karl wir lieben dich karl wir lieben dich das reicht nicht mal ich ich zum glück dieser pain ja wir sind dick city wir sind hier oh gott ich wurde beendet ich heiße bio wer bist du oh elli das ist dein name hör mal ich bin der finder des pokémon übertragungssystems aber ganz allein man verdienst ist es natürlich auch nicht du kennst doch die höhenregion oder dort wohnt jemand namens lanet sie hat das lagerungssystem um einiges benutzerfreundlicher gemacht als es in meinen ursprünglichen entwürfen war wenn wir auch weiter unsere bestes geben und alle gleichgesinnten trainer aus dem ganzen land zusammenarbeiten können wir das system zu tauschen und lager von pokémon sicher auch in zukunft noch sehr viel verbessern ich glaube ich sollte so mal langsam zurück nach thucaster city ich werde mich zuhause auch mal wieder blicken lassen also dann tschüss Leute ich prob urlaub das ist pain wir sehen uns irgendwann nächsten monat stimmt das ist es das könnte sogar hinkommen nächsten monat könnte es sogar hinkommen lol mal sehen mal sehen ich mag feuer ich mag highlight videos weil funny tschüss tschüss für immer